Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Walking Dead. Ja, wir werden mal nach oben marschieren und dort mit Carly reden, die gerne mit uns sprechen wollte. Eine der letzten Personen, der wir noch vertrauen können. Habt ihr Lilly noch? Nein, nicht noch. Ich werde. Was ich wollte sagen, war, dass ich viel über dich über dich gedacht habe. Ich auch über dich. Über was genau? Mir geht's gut. Ich denke über dich, auch. Unsere Gruppe ist klein. Du bist klein. Du bist ein Verkundet. Carly, Jesus! Und ich denke, dass die Leute wissen müssen. Nicht, dass sie es verdient sind, und nicht, dass du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Das ist schon ewig her. Du hast wahrscheinlich recht. Vergiss es. Es war ein Leben vor. Das wird nur das Gefühl machen, dass du es hattest, und dass es noch mehr gibt, dass es so viel schlimmer ist. Ich sag's ihnen. Nein. Naja, ich meine, Carly können wir vertrauen. Sie ist echt sympathisch. Und wenn sie uns den Ratschlag kippt, hat sie vielleicht recht. Vielleicht sollten wir mit offenen Karten spielen. Wir sind ja ein guter Mensch. Unser Lee ist ein guter Lee. Wir haben uns bisher eigentlich immer weise entschieden. Und ich glaube, wir werden es ihnen sagen. Ich werde die Leute wissen. Du bist völlig richtig. Gut. Ich denke, es ist für das Beste. Oh la la. Nenn mich nicht klein. Nenn mich nicht klein. Meinst du, die Leute sind bereit dafür? Fühlst du dich hier sicher? Hast du irgendwelche Bedenken wegen Lilly? You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time. But there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. Fühlst du dich hier sicher? Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. Hast du irgendwelche Bedenken wegen Lilly? You have any thoughts about Lilly? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm gonna look into this thing. Good idea. Oh man, oh man, oh man. Ob das so eine weise Entscheidung war? Ich wollte eigentlich gar nicht die Treppe nochmal hochgehen, aber was soll es? Sorry, Carly. Okay, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Dann gehen wir mal rüber zu Clementine, ihr Lieben. Das gute Kinderherz. Hey, Clementine. Hey, Lee. Was machst du da? What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher Miss Moore showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Um, kind of. Ah, that's really something. I'll make one for you too. Das habe ich früher auch gemacht. Gefällt's dir hier? Also, ich denke, Clementine sollten wir das nicht sagen. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Sollen wir ihr das sagen? Ich glaube, sie verliert dann nachher das Vertrauen zu uns. Oder? Meine Fresse. Aber nachher spritten wir dann irgendwie noch wem anders das erzählen. Nachher springt das einem aus dem Mund und dann wird's Clementine erfahren. Ich glaube, wir sagen es. Komm, wir sagen es. Clem, I need to talk to you for a second. Okie dokie. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis, bevor wir uns trafen. The day you and I met, I was in a car accident. I remember. Your leg was bleeding. The car I was in was a police car. And I was on my way to jail for committing a crime. I need to tell you now. Because I don't want you to hear it any other way. Okie. Do you have anything to say? I don't think so. You can go on back to your things. Oh man, ob das so gut war? Clementine hat Verständnis dafür. Ok. Ich glaube, das war besser. Nachher fliegt das auf, weil zu Clementine müssen wir immer stehen. Und ich denke, wir reden mal mit Lily. Ja, und da gehen wir mal rein. Ich suche nach den gestohlenen Sachen. Du bist neben der Spur. I think you're coming unhinged. I know. I'm trying. I'm trying. I just... I feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes. I need help. There's a traitor. Somebody. One of us. Out there. He or she or they have been taking things. Im Ernst? Wer? Was hast du für Hinweise? Du hast nicht viel geschlafen. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. It counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. Hey, wir wollten's Lily eigentlich aber auch noch sagen, oder? A mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. Um, I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the greatest detective and I can be Dick Grayson. Your ward. That's Robin. I know who it is. Du kannst helfen. Erzählst keinem. You can help. Don't tell anybody. Secrecy. Yeah, good. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm all in the case. Ha. Ja, vielleicht ist ja gar nicht so unhilfreich. Aber viele Leute leben doch gar nicht mehr. Und wer sollte da was klauen von den Menschen? So. Ich denke mal, wir gehen nochmal zu Lily rein. Hey. Find anything? Nein, aber ich muss dir was erzählen. I need to tell you something. Sure, go ahead. But if it's bad news, maybe save it. Hm. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Never mind. You sure? Yeah, forget about it. Okay. If there's something going on out there, tell me. Of course. Ach, jetzt hab ich gezögert, natürlich. Du hast, Lee, nichts über deine Vergangenheit erzählt. Ah, vielleicht hätte ich das besser machen sollen. Ah, das ist immer so schwer hier mit den ganzen Entscheidungen und so. Und wer ist er hier eigentlich? Der Ben. Hey, Ben. What's up, Lee? Der Einzige, dem wir noch nicht so richtig vertrauen können und den wir nicht so richtig kennen. Did you ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh. I didn't mean to say it's crappy or anything. It's super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is. Ich muss dir was sagen. Also dem müssen wir uns nicht unbedingt anvertrauen. Eine Taschenlampe ist zerbrochen. Warst du das? A flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom. Broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay then. Was denkst du über Lily? What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Also ihm sagen wir nichts darüber. Ich glaube, das halte ich nicht für eine gute Idee. Sounds like Kenny actually has that thing running. I believe it when I see it. Okay, das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn der Wohnwagen wieder laufen würde. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir hier abhauen auf Dauer. Oh, Glassplitte. There's some broken glass on the ground there. Vielleicht von der Taschenlampe? Detective Sarraza ist unterwegs. Ein X. Was war denn da? There's something drawn there. Nicht, dass da wirklich noch Banditen sind, wie diese verrückte Frau. Die war ja nicht alleine, glaube ich. Hm. Hm. Chalk. Pink. Hm. Duck! A clue! Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Clementine Opium und sowas stiehlt, Arzneimittel. Aber jemand könnte sich auch schnell mal die Kreide von Clementine ausgeliehen haben. Das ist durchaus realistisch, durchaus möglich. Was haben wir denn da? Ja, komm, wir reden mal mit dem. Hey, you two. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. How are you, Lee? Könnt ihr mir mit Kreide aushelfen? Ja, mal fragen. Have you seen any chalk around? Ah, yes. Clementine loves to draw with it. Yeah, of course. I'll talk to her. Kenny, hast du kurz Zeit? Kenny, you got a second? I need to tell you something. Yeah? What do you got? Was, wer soll das denn klauen? Okay, should I sit down? Come on. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis, vor drei Monaten. I was, uh, on my way to prison three months ago. No shit. No shit. Wasn't for touching kids, was it? No, it wasn't. Because we got two here. I killed a guy in a fight. Should I be worried there's anything else in your past that's gonna come out? No. Good. But you should know. So, if we got to make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Na, jetzt werd man nicht pisst, Alter. Kenny weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Und außerdem hat er ja auch immerhin, äh, den alten Sack, den Vater von der Lily aufm gewissen. Also, so, reden wir auch nochmal mit Katja, würde ich sagen. Hi, guys. Du musst dich mehr mit Lily bemühen. Nee, musst du nicht. Wegen den Pistolen. Machen wir mal gerade. About the guns. Don't you start. I just wanted to say, Kat, it's probably good they make you uncomfortable. Thank you, Lee. But we need them. There's no doubt about that. Can I talk to you about something? Sure. Is everything okay? Obwohl, vielleicht soll man es Katja besser nicht sagen. Ach, das ist so schwer immer. Ich habe getötet. Ach, nichts. Forget it. Never mind. Are you sure nothing's wrong? It's not a big deal. Okay. Well, if you ever want to talk. Gut, ich denke mal, das macht keinen Sinn, jetzt das Katja auch noch zu sagen. Ich weiß es nicht. Wir dürfen es auch nicht zu vielen Leuten sagen. Nachher kriegt die Panik vor uns oder so. So, und eigentlich, auf die Kreide haben wir sie schon angesprochen. Wir reden mal mit Clementine. Vielleicht können die uns darüber noch was erzählen. Und dann gehen wir nochmal hoch zu Carly. Hm. Hey, Clementine. Hey, Lee. Do you have any pink chalk? No. It's gone somewhere. Hm. Do you want blue? No, no. It's okay. Psst. Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck. I got it. Good job. Okay. High five. Ja, geben wir ihm auf jeden Fall. Cool. Freut er sich doch, der kleine Duck. More chalk. Was soll das? Somebody was over here, too. See, I did good, huh? Yeah, Duck. You did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Hoffentlich bleibt er auch wirklich hier. Vielleicht sprechen wir ihm mal auf die Taschenlampe an. You didn't break the flashlight, did you, Duck? No, Mom and Dad will let me touch on either stuff. Lily neither. Okay, also das Flashlight hat er bestimmt nicht kaputt gemacht. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir nochmal mit Carly reden. Aber ich denke mal, das macht auch nicht viel. Komm, wir folgen mal den Spuren. Okay. Vielleicht finden wir da ja was. Ist schon irgendwie komisch. Irgendwie scheinen die Banditen doch damit was zu tun zu haben. Irgendwie planen die einen Hinterhalt, glaube ich. Oder so. Oh, das Gitter. Gucken wir uns mal an. Was ist das? Ein Doggy Bag? Es ist ein Bag oder so. Es ist ein Bag oder so. Son of a bitch. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall. And there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? We've got our people out there. We ain't fucking around! What do we do? Oh, shit! They're gonna start kicking indoors any second. What the hell are you- Stall them! What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life! Ach, du Scheiße!